Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo zum Kurswechsel-Podcast. Heute mit den Kurswechslern Arne und Carolin und wir sprechen über Vorurteile gegenüber von Selbstorganisationen. Und die Idee des Themas ist uns gekommen durch das Buch von Bernd Österreich und Claudia Schröder, das kollegial geführte Unternehmen. Wir verlinken das Buch in den Shownotes und dort gibt es so eine Tabelle, Mythen und Vorurteile gegenüber Selbstorganisationen. Und da ist halt immer quasi ein Vorurteil aufgeschrieben und eine Erklärung, was es stattdessen bedeutet, kollegial zu führen. Und das fanden wir total spannend, weil viele von diesen Vorurteilen begegnen uns in der Arbeit bei den Kunden. Und wir haben uns jetzt drei Vorurteile rausgesucht, über die wir sprechen wollen und einmal darüber sprechen wollen, wie wir es stattdessen sehen. Und die erste Aussage ist, dann gibt es ja keine Führung mehr. Ja, moin auch von mir. Das ist eins meiner Lieblingsvorurteile. Gerade auch in einem aktuellen Projekt haben wir die Situation, dass eine Führungskraft innerhalb des Unternehmens gewechselt ist und das Team diese Rolle nicht nachbesetzt hat, sondern sozusagen in die operative Selbstorganisation geht. Und auch da ist mir dieses Vorurteil begegnet, aber nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen schon immer mal wieder. Bei diesem Vorurteil fände ich erstmal überhaupt spannend, die Frage zu diskutieren, was verstehe ich eigentlich unter Führung? Oder was findet eigentlich statt, wenn ich meine, dass geführt wird oder nicht? Ich glaube, das ist auch ein Zitat aus dem Buch von Bernd, Führungskraft ist nicht gleich Führungsarbeit. Also Bernd spricht in seinem Buch von Führungsarbeit, man könnte auch sagen Führungstätigkeiten, die ich aus unterschiedlichen Rollen heraus tue. Und ganz, ganz viel davon findet auch in Teams statt, beobachte ich immer wieder. Oder das ist für mich zumindest fast selbsterklärend, in denen eine Führungskraft da ist, weil unterschiedliche Tätigkeiten, die ich durchaus als Führung bezeichnen würde, ja sowieso schon vom Team übernommen werden. Und wenn ich von Selbstorganisation spreche oder auch in der Arbeit mit den Kunden, dann ist immer so ein erster Schritt für mich, überhaupt mal explizit zu machen, was bedeutet eigentlich Führung und was steckt da eigentlich alles drin? Also welche Führungsrollen werden auch wahrgenommen innerhalb des Teams? Und ich bleibe mal bei dem Beispiel des jetzigen Kunden. Was da an einer anderen Stelle passiert ist von der Führungskraft, die das spannend fand und gesagt hat, ich will das mit meinem Team auch mal ausprobieren, ist, dass die sozusagen erstmal sowas gebildet hat, wie eine eierlegende Wollmilchsau der Führung, also die perfekte Führungskraft, was steckt da denn alles drin, um das danach dann wieder auseinanderzunehmen und in einzelne Führungsrollen aufzugliedern. Also das ist sowas wie der Organisator, der sich vielleicht um Dienstpläne kümmert oder Urlaubsanträge genehmigt. Das ist dann auch der Kommunikator, der Netzwerker, der über die Abteilung oder das Team hinaus mit anderen spricht, und Kontakte herstellt, der Sinnvermittler oder Visionär, der so ein bisschen klar macht, was ist das große Ganze, an dem wir hier arbeiten. Das sind ja ganz unterschiedliche Rollen, die auch verschiedene Talente erfordern, wo es dann für mich auch manchmal fraglich ist, ob überhaupt denkbar ist, dass das alles in einer Person gebündelt drinstecken kann. Und insofern ist dieses Vorurteil für mich ja dahingehend schon hinfällig, als dass es Führung in einer Führungskraft zu 100 Prozent gar nicht geben kann. Ja und dann gibt es keine Führung mehr, ist ja eben auch falsch, weil es gibt ja immer Führung. Das heißt auch in Gruppen von Menschen, ob Arbeit oder Privat, egal, irgendjemand übernimmt ja immer einen Teil der Führung und das verteilt sich eben. Das heißt die Antwort ist, ja es gibt Führung bei der Selbstorganisation und die ist verteilt. Ja, also ich habe mal den sehr eingängigen Satz gehört, Führung ist in Selbstorganisation schon drin und du hast es gerade angesprochen, wo immer Menschen zusammenkommen und sich für irgendetwas organisieren und das kann der Kegelverein sein oder auch die Familie zu Hause, die ja irgendwie eine Organisation braucht, für verschiedene Bereiche übernimmt immer irgendwer Führung. Also ich selbst habe lange Fußball gespielt und da war klar, wir müssen irgendwie sowas wie eine Mannschaftskasse führen und wir müssen jemanden haben, der sich um die Trikots kümmert und wir müssen jemanden haben, der die Spielberichte ausfüllt und so weiter und das ist alles so in so einem natürlichen Prozess. Da haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, ich mache das, ich habe vielleicht auch ein gewisses Talent dafür und so gab es ja auch und das waren immer verschiedene Personen, also es hat nicht alles einer gemacht. Also auch da findet ja Führung statt und in der Familie ist vielleicht jemand dafür zuständig, den Rasen zu mähen und der nächste räumt die Geschirrspülmaschine aus und solche Geschichten. Das sind ja auch irgendwie Tätigkeiten, die stattfinden müssen, damit ein Team gut funktioniert und ein Stück weit übernehme ich immer Führung für einen gewissen Aspekt. Und es ist natürlich, dass jemand irgendwie den Lied übernimmt. Ich denke da so an Kindergartenkinder und da ist ein Standardsatz, ich bin jetzt der Bestimmer und wenn die zusammen spielen, wechselt es immer durch, wer der Bestimmer ist. Ganz natürlich, ohne dass es anerzogen ist. Die kommen einfach ins Spielen und dann streiten die sich, wer jetzt irgendwie oben auf dem Piratenschiff stehen darf und dann sagt er, also ich bin jetzt der Bestimmer, ich stehe da jetzt oben. Das ist, der Bestimmer darf dann auch immer alles. Und dann sagt er irgendwann jetzt, darfst du bestimmen. Und dann gibt es halt auch immer Bestimmer für bestimmte Sachen. Also der eine darf dann über das Piratenschiff bestimmen und der andere darf dann über die Sandkiste bestimmen. Das finde ich total spannend zu beobachten. Das wird denen nicht beigebracht. Vielleicht haben sie sich das schon abgeguckt mit drei Jahren von mir, das könnte sein. Aber es scheint natürlich zu sein, dass irgendjemand diesen Führungspart übernimmt. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist für mich dabei, du hast gerade schon gesagt, bei diesem Beispiel, es ging um Piratenschiff. Also damit das funktioniert aus meiner Sicht, muss klar sein, der Zweck der Organisation, in dem das Team sich zusammenfindet. Also es muss irgendwie klar, am Ende soll ein Piratenschiff da sein. Ein spannendes Beispiel habe ich mal gehört in einem Vortrag von dem geschätzten Kollegen Lars Vollmer, der erzählte von seinem kleinen Sohn, ich glaube Ferdinand heißt er, in so einem Kinderfest, ich komme gerade drauf, weil es da auch um Piratenschiff ging und da hatten Eltern ganz viel Holz und alte Bettlaken und so weiter, alles auf einen Haufen und die Kinder sollten ein Piratenschiff bauen. Und da hat jetzt nicht jemand gesagt, du bist die Führungskraft und du bestimmst jetzt mal und teilst hier ein, wer hier was macht. Sondern es hat sich sehr, man könnte von natürlicher Führung sprechen. Also es hatte jemand eine Idee, was zu tun ist, wir nehmen die und die Bretter und bauen schon mal so ein Fundament und das funktioniert so lange, wie die anderen Kinder in dem Fall ja sagen, Oh, das klingt sinnvoll. Dem folge ich mal. Also Führung ist im Grunde, Führung kann ich mir nicht aussuchen. Ich kann nicht führen wollen sozusagen, sondern Führung ist immer etwas, das entsteht. Und sobald die Gruppe das Gefühl hat, das was dieses Kind in dem Beispiel jetzt gerade sagt, das macht keinen Sinn mehr, löst sich Führung wieder auf. Und möglicherweise geht jemand anderes in die Rolle, indem er kommt und sagt, ah, ich habe eine super Idee für diese Fahne. Wir nehmen diese Fahne und schon wechselt Führung. Also es ist ein ganz natürlich zwischenmenschlicher Prozess, der im Grunde immer stattfindet, sodass man fast sagen könnte, Führung in so klassischen Hierarchien ist eigentlich immer unnatürlich und steht wirklich zweckmäßiger Führung eher im Wege, als dass Führung da ist. Und es ist ja auch gelogen. Also wenn wir jetzt in Unternehmen sind, die sehr hierarchisch organisiert sind, mit mehreren Stufen, dann gibt es da benannte Führungskräfte. Aber wenn wir uns das Team angucken, gibt es ja immer versteckte Führung. Gibt es immer, also es ist vielleicht geklärt, wer wofür zuständig ist, aber wie das Team drauf ist, in welche Richtung sie gehen, wie sie Dinge umsetzen, wird oft von einzelnen Antreibern geleitet, auch oft ohne, dass denen das selber bewusst ist und das sind oft Menschen, die lange da sind oder viel Know-how haben oder Know-how haben, was andere nicht haben oder einfach von der Persönlichkeit her sehr präsente Menschen sind. Genau, also informelle Führung sozusagen. Jemand, so Meinungsführer, also wo ich weiß, wenn ich ein gewisses Thema irgendwie publik machen will, dann muss ich mit Klaus sprechen, weil der ist total gut vernetzt hier im Unternehmen. Ja, und der steht auch, der ist auf allen, in allen Meetings und auf allen Veranstaltungen und so ist er immer. Und es gibt noch so einen dritten Aspekt von Führung, wie wir gerade unterschieden, so die formelle Führung, da sitzt eine Führungskraft mit Rang und Namen über einem Team. Dann diese informelle Führung, die so im Zwischenmenschlichen stattfindet. Und dann gibt es für mich noch so einen Part von Führung, der sich so ein Stück weit über Können definiert. Also wenn jetzt ein neues Projekt kommt, in dem ich drin bin, dann weiß ich, damit das gut wird, brauche ich unbedingt die Caroline dabei, weil die Skills und Kompetenzen hat, die total wertvoll für dieses Projekt sind. Und wenn wir dann in dieser Projektgruppe zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass alle erstmal irgendwie den Blick auf dich richten, weil wir wissen, du kannst das sehr, sehr gut. Also du hast wahrscheinlich gute Ideen und wir folgen dir auch wieder kontextspezifisch für dieses konkrete Projekt, weil wir wissen, da bist du die geeignete Führungskraft, in Anführungsstrichen. Das kann in einem anderen Projekt schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Und du hast vorhin noch einen Satz gesagt, den ich gerne abschließend zu dieser ersten Vorurteil nennen möchte, ist, Führung kann jederzeit ohne Konsequenzen abgelehnt werden, sonst ist es Steuerung. Kannst du die nochmal erläutern? Habe ich auch aufgegriffen, jetzt muss ich wieder schöne Grüße an Lars, falls du reinhörst, Lars Vollmer, da habe ich es her zumindest. Ich glaube im Ursprung auch hat Reinhard Sprenger diesen Satz geprägt und das geht so ein bisschen in die Richtung, nicht nur so ein bisschen, sondern ganz genau in die Richtung. Führung ist nichts, was etwas tut, also ich kann nicht führen wollen, sondern immer etwas, was zwischen zwei oder mehr Menschen entsteht. Eher so eine soziale Dynamik, also ich folge dir, wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, dir zu folgen. Und wenn du mir jetzt sagst, hey Arne, baue doch mal einen Vortrag für Kunden XY, dann sage ich möglicherweise, alles klar mache ich, weil das finde ich sinnvoll, wenn ich das doof fände und trotzdem mache. Dann kann man im Grunde nicht mehr von Führung sprechen, sondern dann hast du offensichtlich irgendwie Einfluss auf mich, mich da steuern zu können. So und die Unterscheidung finde ich total wertvoll zu sagen, okay, wenn ich Führung nicht jederzeit auch ablehnen kann, wenn es doof ist einfach, wie ich geführt werden soll, dann ist es Steuerung. Dann scheint da irgendwie formale Macht im Spiel zu sein. Ja, dann schlage ich vor, gehen wir zum zweiten Punkt. Das ist das Vorurteil ausschließlich auf die Handhabung externer Komplexität und Dynamik fokussiert, ist die Selbstorganisation, also im Sinne von, das ist ja nur für agile Kontexte geeignet. Ja, stimmt das denn, Arne? Nee, natürlich nicht. Also das ist ja auch immer so ein Mythos ein Stück weit, wenn wir jetzt agil werden, was auch immer wir dann im ganz konkreten Fall darunter verstehen, dann ist das mal so ein bisschen überpointiert gesagt, Chaos und jeder tut, was er will und es ist überhaupt keine Ordnung mehr drin. Und selbstorganisierte Teams sind, glaube ich, durchaus in der Lage einzuschätzen, wo brauchen wir ein sehr agiles Vorgehen, weil die Probleme neu sind, weil wir erste Lösungen entwickeln müssen, also wo wir komplexe Probleme haben sozusagen und für alles, was wiederholbare Probleme sind, also nur komplizierte Probleme, die ich durch Wissen lösen kann. Da macht es ja total Sinn, auch Prozesse und Regeln und so ein bisschen auch in die Managementkiste zu greifen und so klassische Führungstools. Da hat auch keiner Schwierigkeiten mit sich darauf zu vereinbaren. Also wenn wir so eine Checkliste haben für, was muss ich eigentlich machen, von einer Podcast-Folge wird aufgenommen bis hin zu, sie wird dann veröffentlicht auf Spotify, iTunes oder über unsere Website. Das ist ja immer so ein Ablauf. Also wir müssen einsprechen, wir müssen schneiden, wir müssen beim Hoster hochladen, wir müssen einen Text für die Website schreiben. Da kann ich ja eine Checkliste machen, die hilft mir ja auch total, damit ich nichts vergesse. Da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit, mich auch auf Prozesse einzulassen und denen auch zu folgen, wenn sie sinnvoll sind. Und für all diese Probleme, die immer wieder kommen, ich muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Also ich finde da auch nochmal ganz wichtig, was bedeutet denn jetzt eigentlich dann wirklich ein selbstorganisiertes Unternehmen zu sein? Und das heißt eben nicht, alles, was bisher klassisch organisiert war, muss jetzt anders organisiert werden. Also das bedeutet nicht, alles habt ihr falsch gemacht und jetzt muss alles anders werden. Also irgendwie sind wir ja auch sehr weit mit diesem alten Verfahren, den ich das mal gekommen. Und es macht eben genau Sinn bei Tätigkeiten, die immer wieder wiederkommen und auch ziemlich gleich bleiben. Und nichtsdestotrotz sind wir zum Beispiel auch mit dieser Liste bei unserem Podcast mit der Checkliste in einem iterativen Prozess. Die hatte nämlich am Anfang sieben Points zur Checkliste. Jetzt hat sie 22. Und nicht, weil wir mehr machen, sondern wir haben es kleinschrittiger aufgeschrieben, weil wir gemerkt haben in dem Moment, wo wir jemand anderes eingearbeitet haben, die uns jetzt bei der Postproduktion hilft, dass es nicht gut aufgeschrieben war und Zwischenschritte gefehlt haben. Das heißt, wir können auch einen Standardprozess quasi einfach immer wieder hinterfragen und auch dann eben selbst organisiert diese Checkliste einfach erweitern, verlängern, abändern. Und sowas gab es in Unternehmen auch schon vorher, es wurde nur anders genannt. Also was ich damit sagen will, ist, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir wollen einfach in dem Moment, wo es komplex wird, Prozesse und Methodiken zur Verfügung stellen, die hilfreicher sind als andere. Was man sich glaube ich vor Augen halten muss, ist, dass so ein selbstorganisiertes Team, wie auch immer das dann ausgestaltet ist oder so eine wertschöpfungsmächtige Zelle durchaus in der Lage ist, beide Problemarten erfolgreich bewältigen zu können. Also sowohl die reinen Wissensprobleme, wie mache ich eine Postproduktion für einen Podcast, wiederholbare Probleme, komplizierte Probleme, als auch komplexe Probleme. Also Sachen, wo ich kreativ und intelligent Lösungen entwickeln muss, das geht in einer klassisch-hierarchischen Struktur nicht. Wenn ich ausschließlich so eine Prozessorganisation habe und alles irgendwie vorgedacht und in Prozesshandbüchern aufgeschrieben ist, dann kriege ich die blauen Probleme. Also das muss ich erklären jetzt. Das musst du erklären. Genau, es ist auch eine Unterscheidung, die ich glaube ursprünglich aus dem Buch von Gerhard Wohland kommt. Wir machen das auch in die Show-Notes, das kann ich nämlich sehr empfehlen. Blau ist für ihn die komplizierten Probleme, die Wissensprobleme. Das funktioniert hervorragend in so einer hierarchischen Prozessorganisation. Für die, jetzt bleibe ich mal in diesem Sprech, für die roten Probleme, die komplexen Probleme, wo es um Können geht, wo es um Intelligenz geht, funktioniert die Prozessorganisation nicht. Das heißt, selbstorganisierte Teams sind so einer klassisch-hierarchischen Struktur insofern überlegen, als dass sie beides bewältigen können. Und diese komplexen Probleme, das ist ja das, wo wir in der heutigen Arbeitswelt darüber sprechen, das wird halt immer mehr. Und dem muss ich gerecht werden. Und weil eben in so einer klassischen hierarchischen Struktur diese komplexen Probleme nicht gut zu bewältigen sind, fühlen sich auch viele Unternehmen so gestresst und überlastet. Weil sie strukturell dem nicht gerecht werden. Das heißt, die Antwort darauf wäre, Dezentralität, selbstorganisierte Teams und so weiter. Ja. Dann kommen wir zur dritten und letzten Vorurteil für diese Episode. Das funktioniert nur mit engagierten High-Performern. Und da gruselt mich ja dieses Wort High-Performer. Da muss ich unbedingt gleich was zu sagen. Vielleicht kurz dazu, so steht es nicht in dem Buch von Bernd. Wir haben es so ein bisschen umformuliert, um es überzupointieren. Wir haben uns ja nur inspirieren lassen von dem Buch. High-Performer finde ich ganz schlimm, weil es irgendwie impliziert, dass es Menschen gibt, die High-Performen können. Und dann gibt es Menschen, die können das nicht. Und ich glaube, jeder Mensch kann in irgendeinem Bereich High-Performen. Also ich glaube, jeder Mensch hat Kompetenzen und Stärken, an denen er total gut performen kann. Und nicht alle Menschen leben das aus. Und nicht alle Menschen haben das erkannt. Aber jeder Mensch kann in irgendeinem Bereich High-Performer werden, wenn er das möchte. So, das ist für mich schon mal vorab wichtig. Und dann ist ja der Satz, das funktioniert nur mit engagierten High-Performern. Also das ist natürlich gemeint, selbstorganisierte Teams oder beziehungsweise in einem selbstorganisierten Unternehmen auch eben zu arbeiten. Und da haben wir, glaube ich, auch schon öfter in diesem Podcast auch gesagt, dass Menschen von sich aus intrinsisch motiviert sind und sie einfach demotiviert werden durch Strukturen, die sie sich nicht motiviert arbeiten lassen. Ich weiß gerade nicht, ob das logisch nachzuvollziehen ist. Aber im Kopf macht das ganz viel Sinn. Aber vielleicht kannst du mal das weiter erläutern, Arne. Naja, Selbstorganisation ist im Grunde die natürlichste Form, wie Menschen miteinander interagieren und sich organisieren. Also alles andere ist ja eine Erfindung aus dem Industriezeitalter. Also dieses Klassische, es braucht einen Aufseher in den Fabriken. Das waren so die ersten Führungskräfte, die wir so kennen. Und daraus ist dann so diese klassische Pyramidenorganisation mit Bereichen und Bereichsleitern und bis hin zu Geschäftsführung und Vorstand und so weiter. Also dieses klassische Organigramm ist im Grunde eine total unnatürliche Form und wir alle kommen selbstorganisiert auf die Welt. Und das funktioniert hervorragend im Grunde genommen. In der Freizeit machen wir das ständig. Wir hatten vorhin das Beispiel vom Fußballverein oder vom Tanzverein oder vom Skatclub oder so. Da funktioniert das ganz hervorragend, weil Menschen, naja, sich für einen gemeinsamen Zweck verbinden und dann eigentlich einigermaßen klar ist, was müssen wir tun, damit das gut wird. Und dann ergibt sich Organisation von selbst, Selbstorganisation, sodass es da nicht irgendwelche besonders engagierten, begabten Menschen braucht, sondern wir müssen nur einen Kontext herstellen, in dem klar ist, wofür organisieren wir uns. Und dann auf die Intelligenz und das Engagement, also die natürliche Motivation, die in jedem Menschen angelegt ist, zu vertrauen, dass die das tun. Ja, was mir da auch nochmal wichtig ist, ist also jeder Mensch kann engagiert sein und es liegt sogar in der Natur der Sache. Und wie unser Kollege Franke auch immer sagt, so die Menschen, die irgendwie einen Dienst von 8 bis 17 Uhr machen und nicht mehr tun, als sie brauchen, sind genau dieselben Menschen, die abends dann den Kartenclub organisieren und die Megapartys organisieren und sich, weiß ich nicht, für Weltfrieden einsetzen und für Umweltschutz und irgendwie total aktiv sind. Das heißt, jeder kann es. Und dann ist aber auch immer die Frage, können wir das jetzt in jedem wecken? Und da habe ich eine vorsichtige Meinung. Also es gibt ja viele Vertreter, die sagen, jeder kann in seinem Job quasi wieder an seine eigene naturangebundene Motivation zurückfinden. Ich sage, ja, das stimmt, wenn derjenige in einem Unternehmen arbeitet, wo der total für dieses Produkt oder die Dienstleistungen sich auch einstehen kann. Also wenn der überzeugt ist von dem, was das Unternehmen macht. Wenn ich in dem Unternehmen nur angefangen habe, weil ich irgendwie entschieden habe, ich werde High Performer in meiner privaten Zeit, aber eben nicht im beruflichen Umfeld. Und ich bin jetzt hier, weil das ist ortsnah und ich kriege da besonders viel Geld und das ist ein ganz sicherer Job und keine Ahnung, was Menschen für Motive haben. Und der steht überhaupt nicht für dieses Unternehmen, dieses Produkt ein. Glaube ich, ist es auch schwierig, selbst wenn das Unternehmen die Strukturen verändert, denjenigen motiviert zu bekommen. Wenn der Mensch aber in ein Unternehmen kommt, wo er auch vom Produkt überzeugt ist, dann wird er auf jeden Fall aufgeweckt werden und wird sich entwickeln können. Und da interessiert mich, was du dazu denkst. Also es kann sicherlich sein, dass einige Menschen einfach im falschen Job sind. Die haben sich einen Beruf ausgesucht, der nicht den Talentenfähigkeiten und so weiter entspricht, die sie so ausgebildet haben im Laufe des Lebens. Und dann wird es wahrscheinlich schwierig, auf High Performance zu kommen. Nichtsdestotrotz ist, wenn ich als Unternehmen da drauf gucke und ich beobachte so ein Phänomen, naja, wir haben hier so, oder ich neige erstmal überhaupt dazu, diese schwachsinnige Unterscheidung zwischen High- und Low-Performer zu machen, dann sollte ich mir vielmehr den Kontext angucken, in dem ich diese Low-Performer arbeiten lasse. Und weil ich glaube, da kommen Menschen einfach nicht in ihre Kraft oder sind über Jahre auch, haben sich in so ein Schutzkäfig verkrochen, weil sie auch gelernt haben, naja, ich darf mich hier ja auch nicht engagieren. Ich muss ja immer noch meinen Chef fragen und Ideen muss ich über, wenn ich Verbesserungen vorschlagen will, dann muss ich hier irgendwie so ein betriebliches Vorschlagswesen nutzen oder irgendein Blödsinn. Und kann eigentlich gar nicht direkt wirksam werden, sodass über viele Jahre so ein Stück weit auch gelernt ist, sich mit einem gewissen Modus des Arbeitens abzufinden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir alle irgendwie, wenn wir über das Thema Motivation sprechen, so Sachen in uns drin tragen. Also wir alle finden das cool, wenn wir gute Leistungen bringen. Wir alle finden es einigermaßen cool, wenn die Ergebnisse unserer Arbeit gut sind. Also erstmal unserer persönlichen Arbeit und natürlich auch als Team. Wir alle haben Bock darauf, an etwas Sinnvollem zu arbeiten und so weiter. Und wenn ich jetzt meine Low Performer beobachten zu können in meinem Unternehmen, dann sollte ich mir nicht die Frage stellen, was mache ich jetzt mit diesen Menschen oder wie hart muss ich denen jetzt eigentlich in den Hintern treten, damit die endlich mal aus sich rauskommen. Sondern ich darf mir die Fragen stellen, was von dem, was ich gerade exemplarisch nun mal aufgezählt habe, ist eigentlich alles nicht da in dem Kontext, in dem er oder sie arbeitet. Und dann kann ich versuchen, das herzustellen, dass das wieder erlebbar ist für die Menschen. Und ich glaube, dann ist die Diskussion High- oder Low-Performer auch relativ schnell beendet, weil ich beobachten kann, wie Menschen wieder Interesse finden an dem, was sie tun, Motivation finden, zurück ins Engagement, auch auf der Arbeit kommen und nicht nur bis 17 Uhr in so einem Modus der freizeitorientierten Schonhaltung unterwegs sind, um dann im Schützenverein irgendwie richtig Gas zu geben. Also Kontext letztendlich. Ja, ich finde, es ist Aufgabe vom Unternehmen, den Rahmen und die Strukturen so zu stellen, dass die Mitarbeiter sich entwickeln können und das eben auch flexibel tun. Also dass selbstorganisierte Teams entstehen können. Aber was mir auch nochmal wichtig ist, dass auch der Mensch, der gerne sehr geführt werden möchte, der gerne konkret Unterstützung braucht, der vielleicht sehr lange schon Command und Control gewohnt ist, dem können wir jetzt nicht einfach sagen, du, das liegt jetzt in der Natur des Menschen, ab morgen organisierst du dich und dein Team mal selbst, sondern dass es da auch einen Übergang geben darf und man auch den einzelnen Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen auch fragen darf und ausprobieren darf, wie funktioniert das auf der individuellen Ebene, wie funktioniert das auf Team-Ebene. Und nicht alle müssen sofort selbstorganisiert arbeiten. Aber aus meiner Sicht ist die Aufgabe von einem Unternehmen, das möglich zu machen und das anzubieten. Und wozu ich auch noch unbedingt was sagen möchte, ist, du hast vorhin gesagt, so nach Motto irgendwie, und dann treten wir dir nochmal ordentlich hinten einen rein, wenn der so low performt hat, in Anführungsstrichen. Und das ist sowas, das verstehe ich in unserer Welt immer nicht, denn wir haben rausgefunden, dass Bestrafung das Verhalten von Menschen nicht ändert und das auch schon lange. Also tatsächlich auch, wenn wir gucken, in Kriminalverhalten von Menschen. Es wird viel mehr Gelder jetzt inzwischen freigegeben für Prävention von Kriminalität als quasi Bestrafung der Kriminalität. Weil egal, wie lange wir jemanden einsperren im Gefängnis oder wie hoch die Geldstrafe ist, die werden immer wieder straffällig. Das hilft überhaupt nicht, es ändert nichts. Sie verändern ihr Verhalten nicht. Was, was hilft, ist quasi präventiv an diese Menschen ranzugehen. Und das können wir übertragen auf alle Bereiche. Das ist zum Beispiel Erziehung mit Bestrafung funktioniert nicht. Die Kinder, die geschlagen wurden, wenn sie schlechte Noten nach Hause gebracht haben, haben weiterhin schlechte Noten nach Hause gebracht. Wir haben dadurch Leistung nicht verändert. Und trotzdem gibt es heute immer noch Unternehmen, die bestrafen, in Anführungsstrichen bestrafen. Oder die belohnen für die, die es angeblich besonders toll gemacht haben. Und wir wissen aber, dass das nicht funktioniert. Und dann frage ich mich immer, warum machen wir es? Und vielleicht steckt da auch wieder in mir so eine Idealistin, die sagt, okay, funktioniert doch nicht, warum machen wir das nicht? Aber wir wissen halt, dass die Antwort Beziehung, Verbundenheit und Wachstum ist. Und es den Menschen dadurch besser geht und den Unternehmen dadurch besser geht. Ich glaube, also auf die Frage, warum machen wir das nicht, ist, glaube ich, es fehlt vielfach die Vorstellung davon. Ja, also einerseits die Erkenntnis ist da, das hilft nichts. Aber wir haben auch irgendwie nichts anderes im Werkzeugkoffer. Und die Prägung, das haben wir auch immer schon so gemacht. Ja, wir haben es so gelernt. Ich hatte noch einen Punkt gerade, du hast gesagt, wenn ich Menschen habe, die gerne geführt werden wollen. Ich glaube, den Menschen, der gerne geführt wird, den gibt es so nicht. Ja, als du formuliert hast recht, ja. Das meinte ich nicht. Also ich glaube, in uns allen ist sowas drin wie das Bestreben nach Selbstbestimmtheit auch und sein eigenes Umfeld auch ein Stück weit selbst beeinflussen zu können. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich in meinem Team vielleicht mit einer Aufgabe konfrontiert bin, wo ich sage, da fühle ich mich unsicher oder ich komme da nicht weiter und ich weiß nicht, was zu tun ist. Und ich bin total dankbar dafür, wenn ich jemanden habe, der gerade das Talent hat, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was müssen wir tun oder vielleicht auch Erfahrung oder Wissen einbringen kann und mich dabei unterstützen kann und mir helfen kann und mir auch ein Stück weit dann sagt, Arne, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Da bin ich ja total dankbar in dem Bereich. Und vielleicht schließt sich dadurch so ein Stück der Kreis dessen, was wir gerade diskutiert haben, also um diese, du warst beim Gefängnis. Wenn ich möchte, dass Leute in meinem Unternehmen engagierter sind, sich motivierter zeigen, sich mehr einbringen, dann muss ich dieses Gefängnis abbauen, was aus völliger Überregulierung, also interner Überregulierung besteht. Oft Prozessen, die vielfach nicht helfen, sondern eher schaden und was ich immer finde, also wenn ich Regeln mache, also wenn ich dir eine Regel auferlege, dann nehme ich die Verantwortung ja dir ab sozusagen. Das ist ja durch die Regel schon vorgedacht. Das heißt, wenn ich möchte, dass du Verantwortung übernimmst, dann kann ich vielleicht ein Prinzip entwickeln, was da heißt, so wie wir über Kurswechsel sagen, wenn wir arbeiten, geht es immer um Hilfe zur Selbsthilfe. Also es ist nicht unser Bestreben, eine gewisse Abhängigkeit von uns als extern herzustellen. Und an diesem Prinzip kannst du dich ausrichten. Du kannst im Grunde bei jedem, bei allem, was du tust, fragen, helfe ich gerade meinem Kunden, dieser Organisation dabei, in sowas zu kommen wie eine sich selbsttragende Veränderungskultur, wenn wir von Veränderung sprechen. Oder stelle ich mich hier hin und übernehme ich deren Veränderung sozusagen, weil dann kannst du dir sicher sein, das ist unwirksam. Also ein Prinzip hilft, eine Regel hilft überhaupt nicht, weil, naja, du kannst ja die Verantwortung an die Regel abgeben. Also wenn es jetzt eine schwachsinnige Regel ist und du löst ein Problem damit, nicht hältst dich, aber an die Regel kannst du am Ende immer sagen, ja, ich habe mich ja an die Regel gehalten, habe ja nichts falsch gemacht. Also eine Regel nimmt dir auch das selber Denken ab. Insofern viel mehr prinzipienorientiert arbeiten, viel weniger Regeln, da wo ich sie nicht brauche. Da wo natürlich klar ist, ich habe einen Zwölf-Punkte-Plan und wenn ich den einhalte, dann ist das Problem gelöst, dann helfen Regeln total, an vielerlei Hinsicht aber auch nicht. Das nehme ich mal als schönes Schlusswort. Wir haben heute über Vorurteile gegenüber Selbstorganisation gesprochen und hatten drei Thesen. Dann gibt es ja keine Führung mehr, ausschließlich auf die Handhabung externer Komplexität und Dynamik fokussiert. Nur dann funktioniert es sozusagen, also es funktioniert nur für agile Kontexte und dann noch die Aussage, das funktioniert nur mit engagierten High-Performern und wir hoffen, wir konnten euch Ideen geben, was Selbstorganisation stattdessen ist. Und schreibt uns gerne eine E-Mail mit euren Gedanken zu diesem Thema an podcast.kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns über Austausch, wie immer glauben wir nicht, dass wir alles allumfänglich zu diesem Thema und diesen drei Vorurteilen gesagt haben. Insofern schreibt uns eure Gedanken und Ideen dazu und da machen wir vielleicht eine 2.0-Folge, oder? Genau, vielleicht kleine Ergänzung, wir sind sehr aktiv auf Twitter, also teilt uns auch da gerne Gedanken zu der Podcast-Folge mit und hört mal wieder rein. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt Die Adresse podcast.kurswechsel.jetzt Die Adresse.kurswechsel.jetzt